Ich lese häufig im Internet, wie Menschen sich über so viele Dinge beschweren. Kleinigkeiten wie Papier statt Plastiktüten im Supermarkt oder die ewigen Baustellen auf den Straßen und manche andere haben wirkliche Existenzkrisen, weil sie das Gefühl haben, dass wir in einer Zeit geboren wurden, in der all die guten und aufregenden Dinge bereits vergangen sind. Die Erkundung der Welt war vor hunderten Jahren, der Flug auf dem Mond ist auch schon Jahre her. Und den Flug zum Mars oder die Entdeckung von Außerirdischen werden wir vielleicht alle nicht mal mehr mitbekommen. Doch eben hier sehe ich es anders. Wie kann man denken, dass wir in langweiligen Zeiten leben? Zeiten, die nichts für uns zu bieten haben? Ich persönlich bin seit meiner Kindheit ein riesiger Fan gewesen von Raumschiffen und dem Weltall. Viele Kinder, gerade in jungen Jahren, teilen vermutlich mit mir diese Faszination. Doch der Unterschied ist, dass ich nie damit aufgehört hatte, von all dem fasziniert zu sein. Während meine Freunde Polizisten werden wollten, Feuerwehrmänner oder das große Geld machen wollten, war ich anders. Je älter ich wurde, desto mehr informierte ich mich über das Weltall und ich hatte nur ein einziges Ziel vor Augen. Ich wollte Astronaut werden, Supernoten schreiben, der Beste sein, um irgendwann meinen Traum zu erfüllen und einmal die Erde zu verlassen und sie so zu sehen, wie nur wenige Menschen es je sehen werden. Die Erde als Ganzes in der Ferne. Und ich hielt mich auch an meine Vorsätze. Ich war stets der Beste in der Klasse. Ich lernte viel und immer und immer mehr. Ich musste perfekt werden. Und dann hörte ich eine Nachricht, als ich 18 war, die ich wohl nie wieder vergessen würde. Die NASA stellt bemannte Flüge ins Weltall ein. Mit einem Moment war mein größter Traum und mein Wunsch hinfällig gewesen. Ohne bemannte Flüge zum Mond oder sonst wohin konnte ich nicht Astronaut werden. Sicher gab es die Weltraumprojekte anderer Länder, doch ich wollte ein typischer Astronaut sein, so wie Neil Armstrong, eine Art Held der Neuzeit. Und eben dieser Wunsch wurde mir innerhalb von einer Sekunde genommen. Ich war traurig die ersten Wochen und wütend. Es war stets mein Wunsch gewesen, aber ich akzeptierte es mit der Zeit. Ich studierte und fing an als Dozent für Astrophysik an meiner Universität zu arbeiten. Es war nicht ansatzweise mein Traum gewesen, aber es ermöglichte mir, über meine Leidenschaft zu reden, vor einer Menge von Leuten, die mir dabei gerne zuhörten. Doch ich war eine lange Zeit unglücklich gewesen. Bis eines Tages eine neue Nachricht meiner Aufmerksamkeit weckte. Es ging um den Milliardär Elon Musk und sein Raumfahrtprojekt SpaceX. Und da war meine Aufmerksamkeit geweckt. Es gab auf einmal eine neue Person, die den Traum der Raumfahrt wieder möglich machte. Er versuchte, und das erfolgreich, die Raumfahrt zu revolutionieren und kostengünstiger zu gestalten. Ich war nun ein Jahr lang Dozent an meiner Uni gewesen. Doch nichts hielt mich dort. Ich konnte mir diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Ich packte all meine Sachen, holte mir eine Mietwohnung in Los Angeles und setzte alles auf eine Karte. Ich flog dorthin und bewarb mich bei SpaceX als Mitarbeiter. Und hingegen aller meiner Erwartungen und Ängste hatte ich Glück. Mein Wissen und meine Leistung beeindruckten die Vorgesetzten bei den Bewerbungsgesprächen. Und ich wurde eingestellt. Als einer der Designer für kommende Turbinen, Raketen und so weiter. Sicher, zu Beginn war ich nur eine Art Gehilfe. Mir fehlte die Übung. Mir fehlte die Ahnung, da ich ja noch recht jung war. Doch mit der Zeit wurde ich immer geübter. Ich lernte mich in Diskussionen durchzusetzen. Machte wichtige Vorschläge, verbesserte mein Wissen und wurde so zu einem wichtigen Teil von SpaceX. So wichtig, dass vor einigen Wochen eine Frau in mein Büro kam, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Frau Scoliere. Dieser Name klingt mir bis heute in den Ohren. Sie war eine bildhübsche junge Frau. Gebräunte Haut, schwarze lange Haare und grüne Augen. Vielleicht 26 oder 27 Jahre alt. Und sie hatte einen Körper, wo kein Mann vermutlich Nein gesagt hätte. Sie erklärte mir, dass ich zum Vorstand von SpaceX gehörte und von meinen großartigen Vorschlägen und Designideen gehört hatte. Und alle seien im Vorstand begeistert gewesen. Es freute mich wirklich sehr, das zu hören. Doch es wurde noch besser, denn sie hatten auch von etwas anderem gehört. Scheinbar hatte einer meiner Kollegen weitererzählt, dass mein größter Traum es war, Astronaut zu werden. Und es ist nicht verwunderlich, dass Leute dies wussten. Denn stets, wenn ich gefragt wurde, wieso ich von Deutschland hierher gezogen bin und warum ich hier angefangen habe, erzählte ich sofort von meinem Traum. Doch dass selbst die Chefetage nun davon erfuhr, hatte ich wirklich nicht erwartet. Und dann gab sie mir eine Möglichkeit, die mir ein Grinsen ins Gesicht zauberte, welches ich gefühlt tagelang nicht verlieren konnte. Sie sagte, dass sie einen Astronauten für ihre neue Rakete suchten. Für die Falcon Heavy. Und ich wäre die Person, die sie hochschicken wollen. Ich war wie in Trance, als ich dies hörte. Sie bat mich darum, ins Weltall zu fliegen. Mein Traum würde endlich wahr werden. Doch es mussten Vorkehrungen getroffen werden. Sie sagte, dies sei keine einfache Mission wie früher. Alles müsste absolut geheim passieren. Kein Wort an Familie und Freunde und erst recht kein Wort an die Medien. Vermutlich hatten die Leute von SpaceX Angst, dass wenn irgendetwas schief läuft und mir etwas passiert, SpaceX vermutlich eingestellt wird oder so. Doch mir war das egal. Mir waren alle Risiken und Probleme egal. Ich war so nah an meinem Ziel dran, dass mich nichts mehr zurückhalten konnte. Doch die nächsten Tage verliefen seltsam. Der Starttermin der Rakete kam täglich immer näher. Und ich erwartete, dass ich mich irgendwelchen Tests unterziehen müsste. Ihr wisst schon, so schwere Losigkeitsübungen in diesen Flugzeugen oder diese Maschine, die testen soll, wie viel G-Kräfte ein Mensch vertragen kann. Doch nichts. Ich machte meinen normalen Job als Designer weiter. Erzählte niemandem von dem, was Frau Skollier mir gesagt hatte. Und so verging ein Tag nach dem anderen. Ohne dass irgendetwas passierte. Ab und zu kam Frau Skollier zu mir und fragte mich, ob ich immer noch dabei wäre. Und ich sagte natürlich ja. Doch auf alle Fragen, die ich stellte, worauf muss ich mich vorbereiten, was muss ich tun und so weiter, bekam ich keine Antwort. Sie sagte nur immer wieder, all das erkennst du früh genug. Und dann ging sie wieder. Und ich saß erneut allein im Büro und habe gearbeitet. Ich fragte mich so vieles und hatte auf nichts eine Antwort. Ich bekam nicht einmal besondere Informationen über den Raketenstart. Dinge wie, dass ein Tesla-Auto in den Orbit geschossen wird und so, erfuhr ich erst alles mit der Zeitung. Mir war mehr als unwohl bei der Sache. Doch dann war der Tag fast gekommen. Es war die Nacht vor dem Start und Frau Skollier, die mir vorher gesagt hatte, ich müsse heute länger im Büro bleiben, holte mich gegen 23 Uhr ab. Sie sagte nur, folge mir. Und ging dann voran. Sie wartete keine Sekunde, blieb nicht stehen, sprach kein Wort. Und ich folgte ihr nur blind. Und dann standen wir in einem kleinen Hangar, der nahezu leer war. Alles was ich sah, war ein rotes Tesla-Cabriolet und ein Astronautenanzug. Sie blieb genau vor dem Cabriolet stehen und lächelte mich dann an. Mit ihrem Lächeln, was eigentlich sympathisch wirkte, sagte sie mir mit einer seltsamen Stimme, »Bist du bereit, ein Held zu werden?« In ihrer Stimme war eine wahnsinnige Ader, die ich zuvor nie gehört hatte. Sie klang aufgeregt und überglücklich zugleich. Ich antwortete ihr nicht. Ich blickte mich nur um. Ich war alleine mit ihr in diesem Raum. Scheinbar war niemand sonst da. Doch irgendetwas war hier nicht richtig. So dürfte es nicht verlaufen. Ich bekam Angst. Nicht Angst, weil ich kein Astronaut mehr werden wollte, sondern Angst, weil etwas nicht stimmte. Doch dann, gerade als ich langsam zurückgehen wollte, packte mich jemand von hinten und drückte mir ein Tuch ins Gesicht. Ich wollte schreien, doch das Tuch war so fest auf mein Gesicht gedrückt, dass ich meinen Mund nicht mehr öffnen konnte. Und innerhalb weniger Sekunden verlor ich das Bewusstsein. Ich träumte in diesem Moment, wo alles um mich herum schwarz wurde, von meiner Heimat, meinem Elternhaus, meiner Familie und auch von meiner Uni. Und dann wachte ich auf. Ich dachte es jedenfalls. Doch alles um mich herum war dunkel. Absolute Dunkelheit. Ich konnte nichts erkennen. Ich vernahm nur einen unfassbaren Lärm. So als würden nur tausend Bomben direkt um mich herum explodieren. Ich wollte meine Hände an die Ohren nehmen und sie zuhalten. Doch ich konnte sie nicht heben. Ich fühlte, dass ich in etwas drin steckte. Eine Art Anzug, der steif war. Wie angeschraubt an den Sitz saß ich auf meinem Platz und konnte mich nicht bewegen. Und dann ging es los. Eine Kraft drückte plötzlich auf mich ein. Eine Kraft, wie ich sie noch nie gespürt hatte. Und ich wurde wieder ohnmächtig. Mein letzter Gedanke war, bin ich in der Rakete? Und dann ging alles schnell. Es wurde schwarz vor meinen Augen, doch wie bei einem Blinzeln dachte ich, war ich wieder aufgewacht. Es fühlte sich so an, als wäre eine Sekunde vergangen. Doch es war nicht eine Sekunde. Ich erschrak, denn das Erste, was ich sah, als ich meine Augen wieder öffnete und sie sich an die Helligkeit gewöhnten, war die Erde. So, wie ich sie immer sehen wollte. Als Ganzes und weit entfernt. Doch ich konnte diesen wunderschönen Anblick nicht genießen. Ich sah mich um, so gut es ging, und bemerkte, dass ich in dem Tesla saß. Eingepfercht in den Raumanzug und war nicht in der Lage, mich zu bewegen. Direkt vor mir war eine Kamera, die mich scheinbar filmte. Ich versuchte zu treten, zu schreien, rief um Hilfe, doch nichts funktionierte. Mein Helm hatte kein Mikrofon, meine Bewegungen waren so gut wie nicht sichtbar gewesen. Und nach einigen Minuten der Panik wurde mir klar, ich bin ein Testobjekt. Nicht von SpaceX, sondern von Frau Skoulier. Sie wollte etwas versuchen, und auch wenn ich nicht verstehe, was es war, war es scheinbar für sie erfolgreich. Und seitdem sitze ich hier, hungrig, durstig und schwach sitze ich in dem Auto und sehe Tag und Nacht die Erde, wie ich sie immer sehen wollte. Und nebenbei zeigt ein kleiner Bildschirm im Auto mir stets die Nachricht, don't panic. Meine Angst wurde zu Verzweiflung, dann zu Wut, und irgendwann akzeptierte ich, was passiert war. Es gab ja auch keine Möglichkeit für mich, mich zu wehren. Und manchmal, wenn ich so dort saß und auf die Erde blickte, musste ich sogar lachen, wenn ich mir überlegte, dass ich immer diesen Anblick sehen wollte, und der nun mein letzter sein wird. Und je mehr ich nachdenke, desto geringer wird meine Luft, und langsam wird alles schwarz um mich herum, und meine letzten Worte und Schreie verstummen. Denn in den Tiefen des Weltalls hört mich niemand schreien. Denn in die Zeit ist Mediator, das ist eine Verhüterer. Denn in den Tiefen des Landschips um uns gesellschaftlich可能 ist wie zu nice. Und auch ich ausgeич bin mit Alarmlandschips um mich halt alles schwarz一